Geh los. Peggy 16, Bruder. Peggy 16. Peggy 16. Ist nur für Erwachsene. Okay. Jetzt halt ich ein bisschen nachher. Ja, es ist Schwanz, Bruder. Mach sie mal zu, dass du... Wie kann das? Ich lad nochmal schnell neu. Ich hoffe auf irgendwas Schönes. Pikmin, Schmickman. Ui. Pikmin 4? Ja, das haben die letzten Direct schon... Naja, stimmt, stimmt, stimmt. Ui, 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 ui. Das war genau mit diesen Bildern. Aber Pikmin, ein schönes Spiel an sich. Da kann man jetzt erstmal gar nicht groß meckern. Nö, also ist nicht meins. Hast du mal gespielt? Ja, Pikmin 3. War das auf der Wii? Das war auf der Wii U. Auf der Wii U. Dann habe ich das mal gespielt, ja. Ja, ich habe Pikmin 1 und 2 gespielt. Mochte ich gerne. Ist ein schönes Spiel. Weiß ich jetzt nicht, ob man damit die Direct eröffnen will. Tja, ist halt wie gesagt schon, aber Pikmin könnte man schlechter eröffnen. Ja, mit Fire Emblem. Richtig. So wie das letzte Mal. Ich suche schon mal kein JRPG und kein Farmspiel. Ist schon mal okay. Also erstmal grundsätzlich nicht verkehrt. Also ich hoffe ja auf, es ist nur zur Überbrückung wird mehr lang, wenn es einen Windraker nochmal geben würde. Und da ist dieses... Das würde ich, also ich denke, das kommt heute. Aber das denke ich ja schon seit vier Directs. Ja, schön. Ich meine, deswegen könnt ihr das kriegen, aber das ist halt so, weißt du, zum fünften Mal Release. Das holt mir nicht mehr ab, ne? Erstmal ist das dritte Mal, du Arsch. Aber gefühlt das hundertste. Ne, ich denke mal, heute werden wir noch was sehen zur neuen Welle von Mario Kart 8. Das auf jeden Fall. Und ich denke, wir werden heute dann kriegen, entweder kommt es denn jetzt direkt gleich draußen oder die Tage Mario Party 3 und Pokémon Stadium und so. Oh, meinst du, dazu sagen die schon wieder was? Ja, ja. Vielleicht gibt es ja auch heute die Ankündigung für GBA und Gameboy-Gedöns. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht, aber das ist ja geil. Oder auch nicht, ne? Ey, bei der Sache, wie es ist, dieses Pikmin, das sieht gut aus. Ja. Was hat ein Chat? Ihr müsst jetzt hier euch das mit mir angucken, ja? Es wird nicht mehr hier miteinander geredet. Ihr werdet hier auf Pock gemacht, unserem Chat für Pikmin. Eben, ne? Pock mal die Scheiße aus dem Chat. Ja. Was ist hier los? Das hier ist ein nahegeues Nintendo-Spiel. Ja. Eure Kindheit reloaded. Ich merke schon, hier. Kommt wieder die GTA-Leute raus. Da muss das hier... Äh, es gibt andere Videospiele als GTA. Wozu? Warum denn? Ja, aktuell spiele ich ja wie Red Dead Redemption 2. Immerhin. Aber es ist für mich einfach das Gleiche. Auch RP, ne? Ja, ja. Es ist für mich das Gleiche eigentlich. Und ich hasse Western. Ich hasse einfach. Wirklich. Also als Film, als alles. Ich hasse Western. Ich kann nichts gegen machen. So. Zeig, was gut ist. Mehr Pikmin. Nee. Das ist grounded. Nein, das ist immer noch Pikmin. Immer noch Pikmin. Sind das nicht Sternenbits da? Das nächste, was passiert, ist, dass ein japanischer Nintendo-Typ dir erzählt, dass alles toll ist. 21.07. Das ist aber noch ein bisschen hin. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange lebe. Fünf. Da ist er ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das lauter machen. Man versteht ja trotzdem nichts. Vielleicht können ja auch einige von uns japanisch. Die Anime-Gucker, ne? Die Anime-Gucker. War ja netter. Das war natürlich auch klar. Neuer Xenoblade-DLC-Megabock. Ach, Xenoblade. Da habe ich auch nur diesen Chronicates gespielt. Ja, ich auch. Da habe ich ein komplettes Let's Play zu haben. Das war mein erstes richtiges Let's Play. Ist das denn nicht das auf der Wii U? Das ist... Xenoblade Chronicates war auf der Wii, gibt es auf der Wii U. Nicht, aber auf der Switch gibt es ein Remake. Aber was war denn das auf der Wii U? Das habe ich gespielt. Aha, das war dieses... Das ist das schlechteste Teil. Hat sich auch scheiße angehört. Das haben wir damals bekommen von Gaming-Clerks, ne? Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe nämlich letztens die Wii U wieder gestartet. Ja, was ist das denn? Da habe ich Spiele drauf. Da habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Und ich wusste auch gar nicht, dass ich da... Ich habe da ja sogar Galaxy 2 drauf auf der Wii U. Und Galaxy 1. Den wollen wir doch nicht. Ich bin traurig, dass das nicht der nackte Schuld ist. Den gibt es ja in dem Teil auch nicht. Das ist traurig. Das sieht aber auch kacke groß aus. Also das wird schnell, oder man? Nein, nö. Und das ist halt ein Geil. Ach, wenn du dagegen sagst, wie dieses Hogwarts-Ding siehst und so, weißt du? Das hier wurde heute schon geleakt. Ist ein alter Dreamcast-Klassiker, neuer Teil. Musikspiel mit Sambas. Das hole ich mir. Ich sage mal, wie es ist. Ich werde es mir holen. So dämlich, wie ihr das jetzt findet, aber ich hole es mir. Ich glaube, es ist immer noch ein paar Sekunden vor, aber das ist okay. Worauf er eben ein bisschen zu reden kann. Aber ist das denn mit den Controllern, oder ist das mit... Ja, das spielt es noch mit den Joy-Cons. Ja, meine ich, mit Joy-Cons. Aber Dreamcast hat es halt damals 300 Mark gekostet, deswegen hatte ich das nicht, weil... 300 Mark? Ja, da waren Samba-Controller bei, also so richtige Samba-Rasseln als Controller. Und war das das Kind nicht? Die die wir jetzt auch halten. Ja, klar. Als Kind wollte ich ja jedes Spiel haben, ne? Da wollte ich natürlich auch das und habe es ja nicht bekommen. Ja, nur gut, dann ist das natürlich okay. Muss ich natürlich jetzt nachholen. Ja, klar. Verständlich, 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 verständlich. Ja. Ja, lieber das halt zum fünften Mal Wind Waker kaufen, ne? Das ist das dritte Mal. Zu oft. Aber viele Mama haben 64 gekauft. Nein! Ist das, ist es das, was ich denke? Oh nein, ist das dieses Mode-Ding? Das ist was anderes. Nicht, 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 nicht Fashion... Wie heißt das? Wie hießen das nochmal mit den Models? Wie hießen das? Ist das nicht das, was du das played hast? Was ich damals gespielt habe, ja. Aber Trends der Davollo kann wieder zurückkommen. Fashion Style Boutique. Ja, genau. New Style Boutique. Richtig, richtig. Boah, du hast doch was für dich jetzt zum Insplain, oder nicht? Das ist voll für mich. Da sehe ich mich. Komplett. Ich mach' einen Influencer, ja? Ja, geil. Endlich kommen die guten Spiele. Ach, du Scheiße. Hm. Das ist der heiße Scheiß, Alter. Ich verstehe schon, warum ich es nur nebenbei drei war. Ich verstehe es. Naja. Es ist immerhin was Neues. Exklusiv over Switch, Leute. Alter, das sei so schön. Geiler Exklusiv. Endlich kommen die Leute auf die Switch. Nur deswegen. Ah, okay. Das haben sie auch schon mal irgendwo gezeigt. Ich glaube, ich habe nichts gesagt. Castlevania DLC. Also, ich habe derzeit jetzt mal eine halbe Stunde gespielt. Das macht Spaß. Aber. Weiß nicht. Oh Gott. Ne, der hat übliche halt, ne? Ja. Pixel-Spiele. Geil. Nein, Zelda wurde noch nicht gezeigt. Next. Enter a new grid in this narrative puzzle-adventure set within the Tron universe. Kennst du nicht Tron? Doch, das ist doch Tron. Meist doch. Ja. Aber wer will Tron? Wer will Tron? Wer will das? Was ist das denn? Was ist das denn? Da passiert es. Da passiert es. Da passiert es. Dann mache ich es. Versprochen. Was ist das denn? Ich werde so hart genervt, Ghost Trick zu spielen. Das ist ein Spiel von den Phoenix Wright-Machern. Und soll auch übergeil sein. War damals ein DS-Spiel. Und es wird wieder von einem Teil meiner Community in den Tode gehypt. Und gut, wenn es von der Switch-Version kommt, spiele ich es. Ui. Der hat bei mir in den Chat geschrieben. Man hat neues Tron. Ah, I need it. Okay. Der verarscht dich. Oder sie. Sora, verarscht du mich? Ich liebe Tron. Okay. Ich wünsche dir viel Spaß. Was ist das denn? Ich frage mich, weil ich glaube, das wollte ich auch gerade sagen. Ein Anime-Spiel halt. Das ist einfach detektiv kommen. Ich meine, das muss jetzt nicht schlecht sein. Nö. Nö. Nö, wobei. Commander-Robot. Security-Robot. Ey, ich habe ja letztens dieses Digimon gespielt, die Digimon-Cyber-Slide, ne? Ja. Boah. Nicht deins? Eineinhalb Stunden habe ich Text gelesen und eine halbe Stunde gespielt. Ja, ist doch immer so. Das ist der normale Weg. So sind alle Spiele heutzutage. Ich war so genervt. Es gibt keine Spiele, die nicht erst mal zwei Stunden Text sind. Ja. Oder Video. Gibt es nicht mehr. Spiel anmachen und spielen existiert nicht mehr. Gibt es doch einfach so eine Wind Waker 3er-Collection. So eine Zelda 3er-Collection. Die kommt nicht in diesen Bereich. Da kommt wieder vor ein Nintendo-Männchen, das hier sagt, hier, guck mal. Nein, natürlich, aber das wäre doch geil. Das sieht auch, weiß ich nicht, dieser Bayonetta-Spin-Off hier. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sieht scheiße aus. Das sieht aber schön aus. Oh nein, da muss man so ein Vieh durchführen. Oh nee, egal. Nein. Oh Gott, Hölle. Sereza kann nur ihn angreifen. Das ist doch wieder doof. Ja, da führe ich da nicht. So was finde ich immer so anstrengend. Einfach nur anstrengend. Normales Bayonetta, mega geil, aber das nee. Weiß ich jetzt nicht. Der Style ist auch nicht schlecht, aber das Gameplay. So, jetzt kommt was Richtiges. Dann hau mich mal um. Vertun. Oh nein, nein. Ja, ich hab's gecallt. Ich dachte gerade sogar, ich hab mir das gut gedacht. Wie konnte der mich überholen? Nee, aber ich hab einfach nur gecallt. Ich kotze im Chat. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum. Ich mein, das ist an sich ganz witzig. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe aber immer noch nicht von mir drei Teile davon brauchen. Und jetzt noch ein fetten, also ein fettes, ja gut, Update macht schon Sinn, aber. Ja, ja, das wird auch nur ein kostenloses Update sein, Leute. Oh, das ist die erste Stadt. Oder? Sieht doch immer gleich aus. Weiß ich nicht, ob das die erste Stadt ist. Oder sind doch die alten. Vielleicht ist wirklich die erste Stadt. Du hast recht. Ja, das ist der erste Stadt. Ja, was ändert das? Keine Ahnung. Oh, es kostet ein Flüchtig. Okay. Okay. Wie würde man als PC-Viewer sagen? Ich hab den Spielspaß in den Games noch nicht gefunden. Doch, also Splatoon macht schon Spaß, aber. Den ersten Teil hat mir viel Spaß gemacht, aber ich weiß nicht. Danach, bei Teil 2 hatte ich schon, das hab ich halt noch gekauft. Ja. Also einmal vielleicht an. Und bei 3 hatte ich dann nicht mal mehr die Motivation, das zu kaufen. Ich bin ja nicht dankeschön für eine Prime-Gaming. Ich bin ja nicht. Ich weiß halt nicht, ob die Leute wirklich die ganze Zeit da aufhalten und so. Weißt du, ich meine dieses. Oh, wir haben Klamotten hier und wir haben hier eine Party da und so. Ich wundere mich gerade, wenn ich dafür bezahlen soll, dass ich da in der alten Stadt rumlaufen kann als Main Hub. Das wäre ja so. Und neue Klamotten. Oh, what's this? Jetzt wird was passieren, aber das wäre ja sonst so, als wenn die Odyssey-DLC jetzt rausballern und du kannst in der Galaxy Hub, kannst du rumlaufen. Wow. Was ist das? Das ist jetzt hier Story-Modus, neuer? Das ist jetzt, ähm, Octo Last of Us. Voll ist laut, sagt ihr. Ist doch schön. Jetzt besser? Sag mal was. Ruf zur Ordnung. Ah, okay. Ist es besser? Ich denke mal. Ah ja, okay. Also es wird irgendwie ein neuer Story-Modus. Juhu. Ja, Leute, die Diary geht noch ein bisschen, ne? Chilled. Ja, wir sind bald bei der Hälfte, aber chillt. Es ist wirklich, das sind zwei Wellen, die man extra bezahlen muss? Oh mein Gott. Die erste Welle ist, die ist ja lächerlich. Okay, eins und zwei kostet 24,99. Ja, trotzdem. Ja, es ist trotzdem. Also das ist ja... Ich nicht. Eieieieie. Was soll denn da Spaß haben? Bin ich jetzt nicht, ey. Bin ich jetzt nicht überzeugt. Also ich kaufe weiterhin nicht. Oh, das könnte? Micky, willst du gar nicht reagieren auch auf? Ich guck's mir an. Ja, du bist doch Micky aus dem Self, oder nicht? Oh, ihr blöden Wichser. So, bitte schön. Ich wollte gerade sagen. Bitte, danke schön. Schließlich. Das ist, glaube ich, was für mich schelz. Die spielt aktuell 24,7 Streamlight Valley. Ich hab' dich verloren. Ja, gut, aber das hier ist ja 2D-Jump. Das sieht doch gar nicht mehr hässlich aus. Ich finde auch, also, mein Gott. Hat ein bisschen was von dem Ding im Stil. Wie heißt das? Äh, Cuphead. Oder Cuphead. So würde ich mir halt ungefähr ein neues 2D-Mario wünschen. Aber mit größeren Sprites. Die Männchen müssen größer sein. Wo ist einfach eine bessere Brille? Und äh... Oh, Multiplayer! Wow. Lokal. Oh, das ist cool. Wolle, können wir zusammen das jetzt drehen? Online. Ne, gibt's ja nicht online. Weißt du noch gar nicht. Wegen Multiplayer, ja, ich denke auch. Das ist so klein wegen Multiplayer. Ja, und du machst Sinn, aber... Aber ja, das ist okay. Das kann man. Bei Bullen-Hitze darfst du das nicht spielen, ey. Bei Bullen-Hitze. Ich schwitze hier. Nö, schwitze hier und tot. Natürlich. Oh, der schießt mich. Warum ist das Logo? Ich hab das Spiel gekauft, ne? Was ist einfach das Logo der Horde da? Ich hab das Spiel gekauft. Und ich hab auch zu spiel. Und Bulli so, das ist voll einfach. Ja, aber hast du auch meine Antwort darauf gesehen? Ja, fand ich auch. Aber meine Antwort war nicht böse gemeint. Voll viele glauben, ich hab das böse gemeint. Aber nicht böse ist einfach nur, als Vergleich passt das da oder nicht. Deswegen warst du auch bei TTT nicht dabei, weil du Angst hattest du vor ihm. Nee, aber ich denke, bei TTT steig ich auch aus. Was ist das denn? Ich hab aber auch schon gehört, Mock hat sich auf seinem Discord darüber beschwert, dass ich danach gestreamt habe. Hey, gar nicht. Da hab ich Negativpunkte für bekommen. Wird sich schon öffentlich drüber mokiert. Ach, Quatsch. Nee, nee, ich steig da aus. Ich werd nicht mitmachen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finde hier. Wie weit hast du das noch gespielt, das Game? Hm? Wie weit hast du das Game denn gespielt? Bis Kapitel 10. In dem Let's Play war jemand da nach 16 Stunden. Ich war nach 6 Stunden im Kapitel 10. Aber dann hab ich auch auf Schnauze bekommen. Wahrscheinlich, weil ich so gerusht hab. Pack 2 of the Fire Emblem Engage Expansion Pass launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Oh, du kannst direkt danach ein Weitungspaket kommen, oder? Direkt nach der, direkt. Weißt du, ich seh das schon und weißt, das ist scheiße. Du siehst das Bild und du weißt, das ist scheiße. 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 In this narrative adventure, harness your divine gift of clairvoyance to travel between worlds, see the future, and decide humanity's fate. Many branching story paths, along with a riveting soundtrack by Celeste-Composer Lena Raine, set the stage for your journey. Und, 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 ja, spielen. Er ist für Leute mit Gymnasium. Oder für jemand, der ein Buch lesen möchte, ne? Kein Buch lesen. Für Wave Raison. Ja, Mann, Wave Raison. Hat wär's. Ich weiß nicht, ich kann diesen 8-Bit-Spiel nicht mehr abgewöhnen. Dieses so, guck mal, wir haben 8-Bit-Games gemacht, das ist wie früher, haha. Ja, aber in neuen Kunst. Ja, ist jetzt schon ausgelutscht. Ja. Also es sieht schon irgendwie schön aus, aber es ist trotzdem jetzt schon ausgelutscht. Ja. Oh, nee, bin ich auch nicht... Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh, das ist auch für dich. Oh mein Gott. Dankeschön. Oh, ich hab Gänsehaut, ne? Ja, ich hab Gänsehaut. Oh, das liebe ich. Das hörst du dich. Ja, das hol ich mir auch. Oh, ja, schöner Druck, jetzt hol ich mir auf der anderen Konsole. Freu mich schon drauf. In addition, active Nintendo Switch Online-Members can play a free-game-trial of Katamari Dama Nee, ist der PS2, ist auch ein PS2-Teil, glaub ich. Da ist schon wieder ein... Ach, weißt du, schon wieder so ein Pixel. Ja, ja, immer der gleiche, immer der gleiche. Oh mein Gott. Wie kann man das mögen? Hast du mal gespielt, Mannschaft? Das sieht gut aus. Das muss man spielen, Adamari, um es zu verstehen und gut zu finden. Das ist halt nämlich kein Gelaber, einfach Videospiele spielen. Einfach ein Videospiel. Sieht ja nicht schlecht aus auf Game, aber das hat einfach so, weiß ich nicht, dass es noch so innovativ ist. Ja, kein Bock. Ach, ja, ich mag auch 8-Pit-Ansehensers. Das nächste, da ist das nächste Free-to-Play-Spiel, das nach, das nach zwei Monaten, äh, die Server offline gehen. Sieht aus wie ein bisschen wie die für League. Von oben halt. Das erinnert mich an dieses, an dieses Windjammers. Kennst du das? Nee. Wird immer von der, von der Rocketbeats und allen, die das immer so gehypt ist, auch so ein, bei so ein Arcade-Automaten wohl oder so, keine Ahnung. Gibt's auch als, äh, Download-Spieler halt, aber... Was ist das? Okay. Kenn ich nicht. Kennst du das? Klassische JRPG-Serie. Gar kein Bock. Wenn ich mir das schon angucke, so mit zufallsgenerierten Dungeons. Oh Gott. Alter, vermisst du die Dungeons. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass da vielleicht einmal ein Remake kommt, weil die haben dieses Jahr halt kein Pokémon-Spiel, ne? Sie würden noch den DS-Teil in so Remake gehen. Ja, was Pokémon-mäßig kommt, wird ja in der Pokémon Direct gezeigt. Das ist, wenn wir heute nicht sehen. Nee, ja, ich meine nur. Mal gucken. Könnte sein. Oder es kommt endlich Pokémon-Messer und Gabel. Ja. Was hat das Kind gespielt, Mixery? Und? Was sagst du? Traum? Plus, take advantage of new difficulty options and a new auto-mapping function for smoother exploration. Oh. Ist bestimmt für Leute, die das gefällt. Ist bestimmt was. Ist halt was für die JRPG. Ja, das war nichts für uns. Aber die werden ja sowieso auf das Switch mehr als ausreichend bedient, ne? Stimmt. Und daher, also den muss ich nicht mehr gönnen. Die haben. Die haben. Oh, 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 oh. Wir kriegen den Release-Termin, Shadow Drop, oder weil was geht ab? Ach, das ist doch dieses Advanced Wars, ne? Was sie verschoben haben wegen der Ukraine. Ja, aber vielleicht wäre vielleicht auch ein scheiß Timing gewesen. Ja, ja, aber jetzt mittlerweile würde ich halt auch sagen, kannst du, kannst du machen. Design your own maps and share them with friends. Das kann auch online spielen, okay. 21. April. Aber haben wir noch ganz schön lange hinterfühlen, ne? Das ist immer noch, ja. Aber hey, es gibt einen Termin. Immerhin. Komm schon, das ist okay. Kirby! A new story will unfold in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Deluxe. Megalore, the interdimensional traveler from the main adventure. Remake von Vita, hast du das gespielt? Ne, in Vita habe ich nur als das Play gesehen. Bei Heddy K. Bei Heddy K. Bei Dekke 64, okay. Wäre ich aber tatsächlich für bereit, sogar zu sagen, äh... Echt? Ich nicht. Ich finde, das sieht auch nicht schlecht aus. Also das, was ich gesehen habe, da fand ich ein richtig schönes Kirby-Spiel. Und Kirby ist ja halt auch nicht schwer, das ist auch ein Spiel, was ich beenden könnte. Das kannst du beenden, ja. Ja. Aber das muss auch schwer sein. Du hast quasi ein Spiel, was schon zehn Jahre alt ist, musst du aber Conan dazu machen, was jetzt nochmal quasi das gleiche ist, weißt du? Ich muss ja quasi ein altes Game nochmal neu machen, aber neu in altes und immer das alte Game ist, verstehst du? Nee, eigentlich nicht. Oh, ist okay. Das sieht einfach nur langweilig aus. Tod langweilig. Oh, voll in die Demo gleich rein. Morgen erstmal neues Display. Erstmal Part Null. Ja, aber das ist auch schon seit einem halben Jahr bekannt. Achso, das weiß ich gar nicht. Jetzt kommst Mario Party 3 und... Ja, komm, Game Boy, geh mir ab. Nein, mal Part Null. Ja! Nintendo! Oh, das Geräusch allein. Ja! Okay, ruhig dich dann mal. Oh nein. Scheiße. Okay, das finde ich gut. Du hast gecallt. Oh! Oh, links weg ist ein schönes Spiel, ne? Ähnlich Tädel spielen. Geil. Das hat dich sogar. Links weg ist nur ein schönes Spiel, ne? Das ist ein geiles Spiel. Hab ich immer noch nicht geschafft. Ja! Können wir together das Game machen. Endlich wieder. Können wir nochmal again machen. Oh, das ist auch stark an sich. Kenn ich nicht. Save the Ghoul Realm, a Spire brand from the Ghosts and Goblins series. Alter. Das wollte ich damals haben als Kind. Gibt's da auch. Jetzt eigentlich nicht mehr. Mich ärgert, dass es keine Warmspiele gibt. Alone in the Dark. Noch randomer. Warum gibt's denn keinen, äh... Metroid 2 Return of Samus. Das hatte ich sogar. Ich hatte das mal kurzfristig, aber war kaputt. Als Gebrauch gekauft war kaputt. Oh, das hatte ich auch. Das war ein richtig gutes Spiel. Das hatte ich. Kirby. Das ist das beste Kirby-Spiel. Ihr braucht die Wii-Version, das Wii U-Spiel nicht. Ey, das Switch-Spiel nicht. Das ist das Kirby, das ihr spielen wollt. Mark my words. Ach so, Screen-Filter. Ich dachte schon, die haben das echt in Farbe. War nicht schön, ne? Ages and Seasons, Trading Card Game, Tilt and Tumble. Boah, mega krank. Und? GBA. Ja, Mann. Oh mein Gott, ist es das Leben. Das Leben macht wieder Sinn. Das Leben ist wieder schön. Das Leben ist so schön. Minish Cap. Ich, ja, Minish Cap. Das werde ich jetzt playen, Leute. Schön ist das Play. Aber du bist halt so weit vor mir. Das ist halt. Oh, 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 weiß ich nicht, ob ich das spielen will. Mario 3? Super Mario Advance 4. Super Mario Brothers 3. Weiß nicht, ob ich den GBA-Tag spielen möchte. Oh. Das ist sogar gut. Oh, das ist auch cool. Eigentlich. Das kenne ich nicht. Endlich können wir alle Spiele spielen. Wir können auch Mario Kart-Zeile spielen. Ey, mach mal Minish Cap jetzt in ein Starter-Paket. Was ist da los? Ja, da ist es doch hier. Okay, das Game Boy Advance ist auch ein Komponente gut. The Legend of Zelda, the Minish Cap. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Oh. Local and online play is supported for compatible games. Das ist ja auch cool, ne? And up to four players can play together. Ja. Können wir endlich spielen zusammen. Da freuen wir mich schon immer drauf. Aber warte mal, da kann man doch Links Force Swords doch eigentlich auch spielen zusammen, oder nicht? Wenn es dann rauskommt. Wenn es dann rauskommt? Alter, Wollo! Oh, FC Pro. Nein. Oh. Oh mein Gott, da hab ich Bock drauf. Ehre. Ehre. Da hab ich Bock drauf. Ehre. Jetzt geben wir noch Mario Party 3 jetzt. Okay, das war gut, okay. Ja, warte, aber noch mal Zeit. Und wann kommt jetzt mal... Wenn was Gutes kommt, geb ich das auch zu. Und wann kommt jetzt Gamecube? Gar nicht. Ich sage, Gamecube kommt nicht. Das ist das Letzte, was kommt. Das Spiel ist selber bekannt. Nein, sie haben es wirklich gemacht. Das war nicht gelogen. Das erste Matchbox Prime? Ich sag auch was dazu. Ich versuch's nochmal. Ich hab ein Matchbox Prime 1 mal als Let's Play versucht. Und bin massiv gescheitert. Aber ich versuch's nochmal. Ich gebe der Sache im zweiten Versuch. Ich seh gerade... Das sieht auch grafisch stark aus. Ich seh gerade Mogi einen Steifen kriegen. Aber auch zu Recht. Da ist es tatsächlich... Das ist eine richtig gute Ankündigung. Das ist eine sehr, sehr starke Ankündigung. Ach, sieht doch echt nicht schlecht aus, ne? Das sieht grafisch sehr sinkt aus, ja. Aber Gamecube-Spiele sahen auch generell nicht so schlecht aus. Eben. Ja. Das, das, das nochmal... 19 Mal Anführungsstrichen war auch nicht... Metroid Prime war halt auf dem Gamecube auch ein grafisches Monster. Ja. Zu der Zeit, als es rauskam, was so ziemlich das... Das grafisch geilste, was es auf dem Markt gab. Ein richtiges Brett. Meist das, das da, das, das, ne, wie schon Juri grad schreibt, äh, Star Fox auch geil aus damals. Ja, definitiv. Jetzt müssen sie aber auch eigentlich was zu Prime 4 sagen, ne? Müssten sie eigentlich. Eigentlich schon. Oder sie sagen gar nichts, sie sagen, halt erst mal die Fresse, hier ab dir. Ja. Bitte, lass uns in Ruhe. Oh Gott, will ich ja nicht. Außerdem bin ich jetzt hier. Sie muss nicht los. Depending on the situation, a certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights. Haben sie auch dieses Jahr erstmal Ruhe von Metro und ich bin dann, wenn es mal sagen, wird es nächstes Jahr rauskommt. Nee, die werden es hier nach, dann ist die werden es hier nach was sagen zu Metroid Prime 4. Ja, und wenn du kurz was zu Metroid Prime 4 sagen, dann wird Zelda gleich gezeigt und dann ist es Ende. Ist ja auch schon bei 40 Minuten jetzt gleich. Ja. Oh Mann, kein Wind Waker. Kein F-Zero. Kein DLC für Mario Party. Der kommt eh nicht mehr, das wird so alt jetzt. Denk ich. Schau ich. Launches on Nintendo Wii Shop. Was? Oh. The physical version will launch. What the fuck? Ich hab kein Geld. Ich bin doch arm. Leute, Donations. Ich brauche Donations. Sonst kann ich das nicht kaufen. Brauche Donations. Nee, es ist ernst. Mein Fernseher ist vor drei Tagen kaputt gegangen. Oh nein. Ich krieg Freitag 9. Aber deswegen hab ich den Geld. Ich bin blank. Ich hab die Skar. Ich bin blank. 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 beim dass sie das einfach mal so nebenbei an übrigens hier mit vorm 1 das kostet das vor allem das ist dann aber das ist da nicht aber 120 jährlich bestimmt 60 vermute dass wir heute nation sind 20 kostet so kaufen master detective archives rinkow launches an nintendo switch was ist das denn auch so kult spiele baden kaios das ist auch gerade eine eigentlich recht große sache beruhigt euch das hat einige fans genau da spielt man irgendwie mit karten oder so krank das würde ich auch tatsächlich spielen wollen ist auch für mich da aber alle anderen sich was dabei gönnen und ich nicht das ist ja ein schwanz bis sommer könnte ich könnte ich geld gewandt das haben so es läuft gar nicht auf ja nee lass mal die zeigen nichts zu zelda ich war ja der meinung wir erfahren heute auch ob es dankens geben jetzt in selda jetzt bin mir nicht so sicher ich habe immer noch keine donation bekommen das ist ja auch so was wie animal crossing mit 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 kampf für dich ist das vielleicht sogar was also für michelle ist das bestimmt was da kannst du kannst du sicher sein ich habe auch ein gehörter aus meiner zeit stil leighton schmähten oh was macht der denn da alter neuer leiten der sieht aber richtig interessant aus what the fuck der gentleman ist zurück ich will gänsehaut ich will gänsehaut new world of steam 34 monate vielen dank für das wieser ab danke schön das war klar ich würde ich wieder will so wann haben wir denn da neun strecken das ist das ist das ist ne joshis also ne joshis island das ist ne joshis island das ist schön 10 euro von mattes vielen ihm dank mann dankeschön das ist ein schöner können wir reden wie schön das gerade aussieht ja das ist doch sie doch immer schön außer dem ende bist du eigentlich im pixel pokal dabei bin ich wahrscheinlich nicht mit mir ich habe schon ja gesagt ich habe ich gar nicht gemerkt das ist doch bock drauf oder megaman battle network ja doch megaman das war eine geile serie damals baden vielen dank für zwei euro hätten sie aber auch bei den bei den gamut one dankeschön hätten sie auch bei den gamut one die mit reinpacken müssen können dass ich mir die scheiße nicht kaufen muss noch extra was hätten sie auch bei geld und es hat sich über die 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 Das war's für heute. Ja. Was ist denn sonst? Zeigt mir sowas Tempelmäßiges, bitte. Bitte, lieber Gott. So, unten links ist noch Tempel oder nicht gewesen? Diese Gleise. Der ist doch schon wieder genau der gleiche Scheiß wie immer. Zeigt mir jetzt, dass es sich ein bisschen mehr zum alten Zelda entwickelt. Nee, das wird nicht mehr. Macht mich glücklich. Werd es nicht mehr. Ja, macht doch sowas nicht. Sowas Böses, Gemeines. Es wird nie wieder so werden wie früher. Wo leise, das ist doch. 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 Und befreit dieses Land von der Herrschaft Hyrus. Vernichtet die, die es wagen, sich euch in den Weg zu stellen. Tötet alle und jeden! Das ist der Mond, das mit einem Abfeld ist. Ich habe auch gerade gedacht, ne? Ist das ja eigentlich nochmal die gleiche Map, ne? Wenn man mal das ganz hart sieht, oder? Gefühlt, ja. Ne, kann ja nur, wenn sie da wieder da spielt, was ich meine. Link, er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Ja, du hast alles oben noch, ne? Mit jetzt dabei. Das sieht mir nicht dungeonmäßig aus. Das sieht mir nicht in der Dungeon aus, Minion. Ne, die zeigen gar nichts in Richtung Dungeons, ne? Das ist alles nur Overworld, Overworld und du kannst ein bisschen in der Overworld rumlaufen. Und guck mal da, da kannst du in der Overworld auch hingehen. Tja, in dem Zustand bleibt es für mich eher ein Nicht-Zelda-Spiel. Oh, ist das gar nicht so weit weg. Ist das nicht auch bekannt gewesen? Ne, ich weiß, oder ist das schon bekannt gewesen? Das weiß ich gar nicht. Das war bekannt. Oh, Vorstellung? Okay. Ich werde es mir, glaube ich, holen. Ja, klar. Ich werde es mir angucken, ich werde es mir holen. Und ich will mich auch haben. Nein, darüber, dass es keine richtige Zelda-Spiel ist. Und deswegen, ich wollte noch mal alte Abenteuer, bitte schön. Och, Mann. Hier ist noch Wundrager, viel Spaß. Ja, das war das. Also, ich sage zu Zelda, sage ich jetzt mal, wie es ist. Das ist leider nicht das. Es ist halt leider nicht das, was ich will, ne? Ich muss es so gestehen. Das ist so leid, wie man das tut. Es ist nicht das, was der Mann will. Nee. Ich werde es mir angucken, aber... Ich kann mir so schon sagen, ich werde das nicht so gut finden. Das ist halt so sicher wie das Abend in der Kirche. So, Riki, wie fandst du die... Die da... Habe ich schon, Kurt. Riki, der macht das gleich, glaube ich. So habe ich das verstanden. Also, ich fand es okay. Es war jetzt nichts, wo ich sagen müsste, boah, geil. Die Leute würden sich freuen. Der Metroid Prime werde ich mir wahrscheinlich mal angucken. Das wäre das erste Mal, dass ich das spiele. Wo müssen immer die GBA-Games. Aber sonst, für mich war nichts dabei. Für mich war nichts dabei, wo ich sagen würde... Nichts dabei? Also, gar nichts? Nö. Ich wüsste jetzt nicht, was da dabei gewesen sein könnte für mich. Geh noch mal durch. Oh, noch ein paar Sachen. Also, Pikmin 4 war nicht schlecht. Und, äh... Ja gut, Metroid Prime war jetzt auch nicht schlecht. Kann man noch mal versuchen. Die Gameboy-Sachen finde ich gut. Nö. Und dazwischen war eigentlich nichts, glaube ich. Kalamari neuer Teil, beziehungsweise alter Teil geremackt, finde ich gut. Und... Nö. Also, für mich war es okay. Leute, die... Oh, der Linken neuer Teil ist auch ganz, ganz, ganz geil. Also, ich denke, die Leute werden sich freuen. Aber für mich war es... Für mich war es nichts. Für mich war es nichts. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, die letzte Direct war tausendmal schlechter. Ja. So, das kann man wohl so stehen lassen, ne? Aber... Ja gut. Von der Abwechslung her war das ja okay. Also, Leute, es waren ja... Es geht nicht darum, dass die Spiele... Es waren neue Spiele. Es waren auch qualitativ gute Spiele. Es waren einfach nur keine Spiele für mich. Es waren aber gute Spiele und es war was Neues. Kann man nicht gegen sagen. Eben. Wir sind heute Morgen. Vielen Dank.